Lieber Heinz Wieser, danke für die Nominierung. Ich werde natürlich für einen guten Zweck sehr gerne mitmachen. Lass uns das beginnen. So leicht kann Spenden gehen. Für die Erforschung einer seltenen Krankheit möchte ich heute gerne spenden. Und ich hoffe auch, dass die Regierung für die Forschung einiges am Budget locker macht. Und werde deswegen nominieren Sozialminister Hunsdorfer, Arbeiterkammerpräsident Rudi Kaske, Universitätsprofessor Dr. Peter Frigo und Doris Rath. Macht es mir bitte nach.